Musik Oh Gott Oh Gott Hä? Hä? Hallo Oh Mann Oh Mann bin ich Ich bin gerade voll fertig Leute Ich habe irgendwie das Gefühl dass wir dort nach oben müssen Aber ich glaube hier ist irgendwie ein Geheimgang oder so Hier gibt es irgendwas Ich bin mir so sicher Und ich habe ich weiß wie das funktioniert sogar Jawohl Nein ich weiß es doch nicht Also das ist Das ist jetzt nicht euer Ernst Oh Gott Oh Gott Nein Oh Gott nein Ich hasse es Leute Ich habe irgendwie das Gefühl Ich habe irgendwie das Gefühl Als ob das wieder mal so ein Dungeon ist Der Ewigkeiten braucht Fick dich komm her Dich auch Ganz fest Oh Mann Das blöde ist bloß Ich habe einfach nicht fucking genug Leben Ich bin fucking Und so Und so Oh Gott nein Du 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 oh Gott sorry Sorry ich kann einfach nicht Es ist einfach nur ich zu frustrierend ich Oh Mann jedes Mal wieder von vorne und es tut mir einfach so leid Okay jetzt auch nicht dich Aufs Wort Aufs Wort Ja Ich bin aber echt erschrocken Trifft er mich oder trifft er mich nicht? Er hat mich nicht getroffen Das ist gut Ja Nun haben wir hier Nochmal dich Ja Gut Das war aber ein bisschen näher dran Ich finde es lustig Ich finde es voll lustig Die anderen sind Fallen Mich würde es interessieren was passiert wenn man in die Fallen reintritt Aber ich Irgendwie will ich es auch nicht Gott Mein Movement Wie das wieder abgeht Oh Gott Oh Gott Oh Mann Die die machen mich so fertig Diese scheiß Pflanzen Die sind auch so mies Die ziehen auch zwei ab und so Oh Mann Ich hab ja bloß vier Oh Mann Das ist wieder wie Oh Mann Oh Mann Das ist wieder wie am Anfang Wo man eigentlich nur zwei Leben hat Obwohl die Gegner Nur eins abziehen sollten Das wäre wieder ein bisschen realistisch Oder ein bisschen normal Aber nein In Wirklichkeit hat man auch wieder nur zwei Leben Wie am Anfang Weil die Gegner halt zwei abziehen Oh Hallo Bradger Firebrand Ich wusste dass du kommst Ich weiß es Du kommst Firebrand du kommst Gut Wenn du wirklich die rote Der rote Funk bist Dann beziege mich Beweise mir die Legende Über die rote Flamme Oder was weiß ich was Oder die ewige Die ewige Kerze Genau ewige Kerze Und ich werde auf dich warten Hm Ich will gar nicht wissen Was dieses Geheimnis da unten ist Ich glaube ich werde einfach durch Aber irgendwie ist es wahrscheinlich auch Wie mit dem Glitzer bei mir Ich muss es einfach rausfinden Oh nein Ein Millimillisekundelchen zu spät Oh Gott nein Und Energie weg Und zack Bam Hallo Fick dich Gut Und jetzt Durchfallen lassen Firebrand bitte 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 Nein Ich wurde ein kleines Millisekundelchen abgelenkt Oh Mann Tot Vernichtung Und du auch Fick dich Gut Fick dich auch Oder so So jetzt kurz fallen lassen Und festhalten Gut Tot Tot Vernichtung Gut Ich werde schon wieder unversichtlich Ich sollte nicht übertreiben Gut Wenigstens sehe ich es ein Oh Mann Ich schaffe es einfach nicht Mann Also Doppeljump Auch Doppeljump Schießen und jump und fliegen und schießen. Es ist er wieder da, ich weiß es. Da, 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 da. Und weg mit dir. Ha, 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 gut. Geht es auch so? Ha, es geht auch so gut. Und andere Richtung und so und zack und bam. Und bam. Hallo? Wie mies und so? Fick dich. Oh Gott im Himmel. Ich glaube ich muss dieses Ding aktivieren. Tatsächlich. Dieses Ding runterrollen lassen. Ich, ich, ich mache irgendwelche Theorien. Ich habe irgendwelche Theorien. So seht ihr? Und jetzt hinterher. Was soll das? Was soll das? Ha, Spielfehler. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Das darf nicht wahr sein. Normalerweise würde ich diese Kugel doch weiterkullern müssen. Ach nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mann. Es geht mir dabei überhaupt nicht um mich. Ich spiele das Spiel ja nur. Wisst ihr, also echt. Von mir aus, wenn ich das Spiel für mich privat spielen würde. Vollkommen egal. Scheiß drauf. Komm einfach von vorne. So lange bis du es schaffst, Volgoggi. So wie es halt immer ist. Ja. So lange bis du es schaffst. Eine Milliarden Parts. Wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, wären es dann. Oh Gott. Nein. Überhaupt gar nicht gut. Ich habe gerade tatsächlich ein Leben verloren, oder? Gut. Komm, ohne mich. Ich fliege dir auch hinterher. Komm schon. Mann. Es hat keinen Sinn, Leute. Ich habe nur... Ich habe so wenig Leben. Ja, genau. Deswegen. Verstehe dir. Verstehe dir. Ja, gut. Oh Mann, oh Mann. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Habe ich von vorher irgendwie den Faden verloren? Kann das sein? Oh Gott, nein. Oh Mann. Oh, sorry, sorry. Ich muss gerade überlegen. Habe ich irgendwo den Faden verloren, oder so? Ja, genau. Wo waren wir? Wenn ich... Es geht mir dabei vollkommen um euch, weil ihr dann immer diese Kacke ertragen müsst, dann ist es absolut auf die Dauer nicht lustig. Und so. Immer wieder dasselbe. Oh Mann. Ich habe es schon gemerkt an den Views, die ich hatte für die... für die immer wieder kommenden Wiederholungen von diesem blöden Part. Von diesem... Haha, unser Freundchen. Hupf und... Lalalalalalalala. Gut. Von diesem immer wiederholenden zweiten Dungeon. Das war total krass. Und die Leute hat es, glaube ich, kaum interessiert. Schauen wir noch kurz, wie viel... Hallo? Falsche Taste? Gut. Wie viel... Wie viel... Egal, das habe ich. 49. Ich kann mir doch tatsächlich ein Leben kaufen. Zur Abwechslung mal. Ha. Oder soll ich... Ne. Leute, egal. Ich farm weiter. Ja, für den Fall. Irgendwann mal wird der Part kommen, wo ich dieses Ding sowieso durchspiele. Oh Gott, so geht's auch gut. Oh Gott, oh Gott, bin ich erschrocken. Ha. Kein Bock, um zu geohnt zu werden. Immer wenn ich getroffen werde, zucke ich zusammen in dem Spiel. Ha. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Gut. Da nicht reinlaufen. Firebrand. Gut, gut, gut. 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 Ach, Hallöchen. Ach, Hallöchen. Wie schön das doch ist. Wie schön das doch ist. Und wie es ruckelt. Und ich warte. Ich warte jetzt auf euch. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Firebrand. Komm schon, gib ihm. Oh nein. Ja, das Spiel, das hat einfach nur so, ich verstehe es nicht. Es ruckelt einfach nur so beschissen. Ich habe da überhaupt gar keine Chance, irgendwie was zu bewirken. Weil es einfach nur ruckelt und.